Gernsthaft. Ach ja. Boah. So Mörderschlecht war ich ja noch nie. Janis will ich mich verarschen. Mach jetzt mal hin. So. Okay. Das war jetzt aufwärmen. Ich mach's jetzt richtig. Was hast du da am Blocken gemacht? Dass du da mal hochkommst. Mach den weg. Warst du deshalb irritiert? Jetzt will ich sag aber bloß nicht ja. Ja. Wie viele Minuten haben wir denn schon? 14. Was? Ja. Und du schaffst immer noch nicht. Ich bin 14 Minuten so blöd diese Scheiß-Challenge schon mal. Ja? Boah. So. Bin ja bloß ges... Was ist das? Ich wart... Ich bin ja bloß gespannt wie das funktioniert wenn... Ähm... Äh... Keine Ahnung ob es irgendwie so Bad-Check-Points gibt oder wie das funktioniert. Ich... Sprinte und er rennt gegen die Decke und dann richte Sprinten ab. Was ist das? Ja... Keine Ahnung. Ganz ehrlich aber ich will nicht... Nicht schon die... Die erste Challenge aufbrechen. Mach mir... Mach mir... Ach jetzt weiß ich warum ich nicht sprinten kann. Warum? Ich hab keinen... Keine Nahrung mehr. Warte mal. Mach mal Slash-Feed. Nein ich mach einfach Game Mode 2. Hä? Was bringt dir diese Lash-Feed? Dann ist dein Herzen in Hunger aufgefüllt. Ah. Aber wer... Adventure Mode nicht besser. Sind wir nicht Adventure Mode? Ne. Jetzt Yannis! WAH! Boah. Hast du mich nie... Hast du uns nicht am Anfang Adventure Mode gesetzt? Ja und dann hast du gesagt warum und dann habe ich es wieder zurückgesetzt. Echt? Ja. Du bist Survival. Achso. Ne ich bin creative. Ja. Jetzt grad. Ne ich... ich mein bloß aber ich glaube beim... Beim Adventure verlierst du trotzdem Hunger und Essen. Da kannst du ja bloß keine Blöcke erbauen. Oder? Keine Ahnung. Nicht mehr egal. Ich bin mir nicht sicher. Kann man eigentlich irgendjemand mal verraten, wieso meine Sounds nicht funktionieren. Das wäre echt cool wenn mir da mal jemand helfen würde. Vielleicht hast du ja ausgemacht. Nein. Ne. Sind auf 10 Prozent. Jetzt. Ja. Ja. Jawoll. Äh lol. Äh lol. Wenn ich das bitte bin, ist man ins Mikro gekommen. Äh. Muss man da runter? Nein. Da ist aber ein Schalter. Ja, aber wir müssen drüber. Achso. Willst du anfangen. Okay. Alter. Nein. Lol, was ist das? Ah. Alter. Ich fand dich. Alter. Ja. Meine. Meine Fresse. Ich war doch schon da. Hinten. Und dann habe ich. Jawoll. Jawoll. Letzter Sprung. Nein. Sauber. Ich bin weg. Hey, wo bist du? Hier oben. Moff. Motherfucker. Okay, und hier ist ein Knopf. Den drücke ich mir noch nicht. Okay. Okay. Alter, ich schaff den ersten Sprung nicht. Hä? What? Ich komm mal runter. Ja. Ich will, ich will sehen, wie du das verkackst. Ja, letzter Sprung. Ja, okay, ich bin drin. Lol. Lol, wie weit geht es nach oben? Wait. Okay. Ah, du, du bist, du bist befugt, diesen Knopf zu drücken. Ey, machen wir das eigentlich so, dass wir, wenn jemand eine Challenge aufgibt, es aufschreiben und der, der am öftesten aufgegeben hat, verliert? Können wir machen, ja. Alles klar. Darf ich den Knopf da drücken? Ich darf den Knopf drücken. Oh, lol. 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 Ha? Und jetzt? Keine Ahnung, mach ich das jetzt wieder nach unten. Hä, und jetzt? Oh, lol. Was? 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 Was ist das? Oh, lol. Lol. Alter, was? Nein! Alter, das ist ja mega krank. Ich seh nix! Oh. Ich spring da immer drüber. Ja, ich hab's, ich hab's. Ja, gut. Ja, gut. Oh, boah. Also, die Challenge, die war ja maggeil. Was passiert hier? Oh, lol. Bist du, bist du tot? Nee, ich bin hier unten. Okay, warte. Oh, lol. Das ist ein Übel am Anfang. Was ist das jetzt wieder jumping run? Ah, okay. Lol. Und da sprendet er einfach mal nicht? Loh? 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 Loh! Loh? 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 Indem du vorher da durchklatscht bist Ach ja, stimmt Wo bist du eigentlich? Müsstest du schon bei 120 oder so sein? Nee, ich bin bei 60 Ah, okay Nervt dich das eigentlich? Nö Weil bei Patty durfte ich es nicht machen Da habe ich einen... Aber dann, wo ich immer angefangen habe, habe ich ihm gezeigt, wo der Weg hingeht Nein, dann... Boah, Alter, Wadda, Wadda, was an der Decke Nee Lol, da hat es mich aber plötzlich abgebremst Dann muss ich mein Essen voll essen Mmmmm Brrrr, Alter Dann muss ich mal gucken, wie hier so die Aufnahme... Sechentlich vielleicht werden die Anfangsfolgen auch 15 Minuten sein Ganz ehrlich, warum springt der da immer nur eins? Du musst Doppel-W drücken Mach ich Du hast auf der ganzen Challenge keinen Block über dir So Komm schon Sehr gut Ja Gleich hast du es geschafft, noch vier Sprünge Jawohl Jawohl Gut Und das war es auch Weil ja nicht arg schwer, oder? Nee Was? Oh, lol Oh, lol Loll Loll Oh, lol Oh, lol Wasseraufzug schon wieder Warum sind wir dann... Warum sind wir dann gerade nach unten? Weiß ich nicht... Alter, so... Oh, Mann Hat uns getrollt... Oh, da schon die Decke Okay, nach da... Lol Boah Oh, lol Oh, lol Sind es jetzt zwei? Oh, jawohl Geschafft Das sind alles Einzelsprünge Nein! 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 Geil! Oh, Gott, okay, was auf... Dumm, dumm, dumm Sauber Danke fürs Spielen Ach, das war's schon! Beta... lol Beta-Tester? Ah Ah Hahaha Also, liebe Leute, das war hier... Hätten wir vielleicht noch, ähm... Äh, vorher lesen müssen, was... ja, wie lange die Mets so geht... Weil die Map war ja jetzt eher für Anfänger, würde ich sagen... Ja, ja, trotzdem die erste 10 Mal machen müssen... und um hat sie dann gibt es spielen kein Problem und die Runde weiter vielleicht nehmen um dann sagen wir einfach mal er Klinik ist zu schlafen und Prozent ja bis zum nächsten Menschen mit dieser Regie ist ein gut denn es habe durchgesagt die selben ich soll nicht drüber reden über die nächste Menschen mit wo anstehen hast du gesagt es ist nicht so nicht drüber reden aber dann bedanken wir uns natürlich recht dass ich fürs Zuschauen und ich hoffe dass ihr nächstes Mal auch wieder dabei sein bei der nächsten Adventure die dann hoffentlich etwas länger gehen wird hoffen wir mal und Prozent ja bis zum nächsten Mal der Sekunde Sekunde was auch also auf auch schon kürzlich zu schlecht Warte Warte die Stimme ein durchmachen guter zu tun auch so ja genau jetzt wird ich hier gespawnt fällt ja als er dann bis zum nächsten Mal ja, bis, tschüss